hallo und willkommen bei prepper fox die einleitung zum heutigen video wird relativ kurz um was geht es ich bin an einem meiner bug out orte unterwegs also die fluchtorte die ich mir ausgewählt habe falls ich im äußersten notfall von zu hause mal weg müsste in einer großen krise und ich habe beschlossen dass es heute nur um die natur geht also ich werde in diesem video kaum bis gar nicht sprechen und es gibt auch keine musikuntermalung sondern es geht rein um dieses gelände hier um die natur und weiters habe ich auch noch die 360 grad kamera mit heute das heißt es wird ein paar neue perspektiven und ansichten geben die ihr normalerweise so nicht sehen ich kann euch jetzt zum beispiel zeigen in welche richtung ich gerade gehe das heißt ich schwenke dass ihm in der post production in der nachbearbeitung einfach dort hin wo ich hin möchte und ich kann auch sofort wieder zurück zu mir schwenken und dann einfach weiter sprechen hier also das ist schon eine tolle sache mit der 360 grad kamera man kann also im prinzip nichts mehr auslassen sondern man nimmt ja immer die ganze szenerie auf und das werde ich im heutigen video etwas ausnutzen wie gesagt geht es heute nur um die natur also ich würde vorschlagen genießt einfach die schönen bilder und ich melde mich noch einmal ganz kurz am ende des videos das war es dann schon wir sehen uns nachher so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020